Wo landen Gott zum Gruße geneigter Zuschauer Herzlich Willkommen hier auf so'n Let's Play auf meinem Kanal Hörner Warnkart Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll Denn hier passiert gerade etwas Historisches Lasst mich zuallererst einmal sagen Also, dieses Video findet in Kooperation statt mit Paradox Ihr erinnert euch vielleicht an Surviving the Aftermath Da hatten wir schon mit denen zusammengearbeitet Beziehungsweise uns deren neues Spiel angeguckt Und jetzt kommt Crusader Kings 3 raus Und dieses Spiel hat ein bisschen Historie Wo fange ich am besten an? Also, ihr, liebe Zuschauer, die ja gerne Strategiespiele bei mir verfolgt Habt mir immer mal wieder über die Jahre gesagt Hey Hanno, guck dir mal bitte Crusader Kings an Oder Europa Universalis Und ich war dann so Okay, wenn das so viele sagen Dann habe ich manchmal Auf Twitch so reingeschaut Und sehe halt einfach nur diese Ich geh mal in meinen Spielstand rein Damit ihr es versteht Habt ihr vielleicht auch schon oft gesehen Diese Übersichtskarte Und ich bin halt jedes Mal so Wo ich da so reingeskippt hab So Hä? Versteht ihr? Aber, äh, lasst mich folgendes sagen Es kam nun diese Anfrage Proaktiv von Paradox Und ich habe das als Anlass genommen Um mich jetzt mal wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen Und hab gesagt Hey Leute Ich kann euer Spiel gerne bewerben Allerdings Bevor ich fest zusage Würde ich gerne eine Vorab-Version bekommen Um mir das mal genauer anzuschauen Und, was soll ich sagen Ich hab diese Vorab-Version Vor einer Woche bekommen Und habe nun 47 Stunden in diesem Spiel Ähm, jetzt sagen vielleicht so ein paar Leute von euch Peanuts Aber für mich ist das Also, letzte Woche war ein fetter Dreh MC Thunder 2 kommt bald Der war Mittwoch, Donnerstag, Freitag Ich war tot das ganze Wochenende Hab mir Montag freigenommen Und ich habe Das waren Sommerferien für mich Ich habe von morgens bis abends Nur gezockt So Und jetzt Will ich Euch davon überzeugen Wie Geil dieses Spiel ist Ich bin wirklich so weit zu sagen Dass dies Ich bin ja schnell immer into it Und spring ja auch gern dann direkt zum nächsten Game Und ich kenn mich ja auch selber Aber Ich saß da Spätestens Teil 2 Und hab mir gedacht Muss ich ja nochmal ein bisschen richten Und hab mir gedacht Holy Shit Wie konnte diese Reihe an mir vorbeigehen Ich check es nicht Bis heute So, und ich würde sogar behaupten Zumindest aktuell Aber wenn das so weiter geht Ist es einfach Mein Favorite Game Mein Most Favorite Game Lasst mich euch mitnehmen Auf eine Reise voller Intrigen Machtspiele Eroberungszüge Und religiöse und regionale Auseinandersetzung Vom Bettler zum regionale Auseinandersetzung Okay Also Fangen wir erstmal an Wir haben hier Und das finde ich ein bisschen schade Wir haben hier verschiedene Zeitalter Was heißt Zeit Ja doch In denen wir spielen können Ähm Und die sind immer so ein bisschen themenorientiert Ja Ähm Und Da hat man immer Ein paar Stops Wo man anfängt Und das finde ich ein bisschen schade Das fangen wir jetzt direkt bei etwas an Wo ich es gern anders hätte Ich hätte es gerne so Dass ich die Welt Map hab Weil das geht Bis nach Indien Oder runter nach Afrika Das ist insane Ähm Ich würde gerne Rein scrollen können Auf Niedersachsen, Salzgitter, Wolfenbüttel Und dort anfangen können Das wäre Insane So Aber das geht nicht Deshalb Ähm Machen wir jetzt folgendes The way to go Wo ich mich auf jeden Fall auskenne Ähm Und zwar fangen wir an Mit Kleinkönig Murchat In Irland Das ist einfach Also das steht einfach Aber das Lasst euch davon erstmal Nicht irritieren Ähm Ich habe mit meinem 47 Stunden Spielstand In der Vorab Version So lost Ähm Da angefangen Und würde euch gerne mitnehmen Weil ich habe das Gefühl Das ist perfekt für den Anfang Um euch ein bisschen zu erklären Wohin das Ziel Der Reise geht Äh wohin die Reise geht Und das ist so Dieses typische von Null Meiner Meinung nach Man beginnt nämlich als Herzog Von Munster Und das ist eine äh Region In Irland So Boah Wo fange ich an Also zuallererst Genehmig ich mir einen kleinen Königlichen Schluck In meinem kaiserlichen Pokal Hier So Wo fange ich an das Spiel zu erklären Also es ist sehr komplex So Prost erstmal Ach Vorzüglicher Trunk Also Wir haben hier links unten unseren Charakter Und ja das sieht unspektakulär aus Ich weiß ich weiß Wir können auf unseren Charakter raufklicken Und sehen erstmal ein paar Werte Ein paar Eigenschaften Okay Kommen wir noch zu Als erstes Man gehört immer Einem Haus an Und das Haus ist Teil einer Dynastie Eine Dynastie Ja Die hat immer ein Oberhaupt Uns Damit fängt alles an Und Ähm Ich würde sagen Wir benennen die Dynastie Direkt um Und zwar In die Dynastie der Bloods Ne Blood So Und das wird dann Angepasst So Blood Dynastie Sehr gut So Uns Ähm Können wir glaube ich Noch nicht Wir können dann Also uns können wir noch nicht Umändern Aber wenn wir dann Söhne und Töchter haben Dann können wir die optisch Anpassen Und auch Benennen Ich habe bei meinem Spielstand Alle meine Söhne immer Papa und Sterse genannt Ist ja klar Oder Kalle Und die Töchter dann Ja Kommen wir gleich noch zu So Das ist unser Charakter Das ist unsere Dynastie Und Wenn wir jetzt Kinder kriegen Dann Ähm Werdet ihr merken Das wird dann schon Und Das hat dann Rattenschwanz Wir verheiraten die überall hin Und unsere Dynastie wird dann mega bekannt Und dadurch profitieren wir Das wird der Hammer So Innerhalb dieser Dynastie Sind wir in einem Haus Und das ist aktuell Das Haus Briain Das ist eine Nebenlinie Ähm Und die würde ich Das würde ich auch gerne noch einmal Umbenennen wollen Das geht glaube ich auch nicht Aber man kann später eine Nebenlinie gründen Und die nennen wir dann einfach Spandau Bin ich ehrlich Ach doch da oben war es Ja Da ist es ja Spandau So Motto Kerngedanke Rein Perfekt So Also was will das Spiel von uns Letztendlich ist das Ziel immer mächtiger zu werden Immer mehr Land zu erobern Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen Man hat verschiedene Lebenswandel die man gehen kann Diplomatie Das bedeutet Es ist einfacher beliebt zu sein Man kann viele Konflikte Den kann man aus dem Weg gehen Indem man sein diplomatisches Geschick macht Äh Walten lässt Kriegsführung Selbst erklären Verwaltung ist viel mit Money Man kann Äh Seine Herzogtümer Grafschaften Baronien Die kann man richtig ausbauen Mit krassen Gebäuden Dann kriegt man richtig Cash Und hat Profitiert dadurch Ränkespiele Das ist viel Game of Thrones Bin ich ehrlich Also Man kann Mordkomplott in Gang setzen Für seine Widersacher Man kann Äh Aber auch Beispielsweise Ich könnte jetzt Hätte ich da krasse Skills drin Ja also Gehen wir davon aus Ränkespiele und ich habe hier einen krassen Skill Dann wäre es theoretisch möglich Beim König von England Äh Frankreich Okay der ist klein Holy Shit So Der junge Kaiser Das heilige Das heiligen römischen Reich Der hat ja hier eine Püppi Ne Und da wäre es theoretisch möglich zu sagen Jo Liebesdinge Und die verführen wir jetzt Ja Und dann wäre es theoretisch möglich Heimlich Heimlich Wenn wir dies gelungen haben Seine eigene Religion gründen Wir sind hier gerade Im Inselchristentum Das ist ein christlicher Glaube So der hat verschiedene Grundsätze Und Doktrinen Und bla Das klingt jetzt alles sehr viel Aber Das sorgt dafür Wenn man diesen Glauben hat Dass man gewisse Dinge Tun kann Ohne Einen negativen Beigeschmack zu haben Oder man bekommt es halt Also als Beispiel Eine Sünde in meinem Glauben ist Ähm Sadistisch zu sein Das ist eine Eigenschaft die kann man haben Wenn ich jetzt anfange Leute zu foltern Was auch geht Dann wirkt sich das negativ auf meinen Charakter aus Werden wir noch sehen Das nur als ein Beispiel So ich kann meinen eigenen christlichen Glauben gründen Ja beispielsweise Weiß ich nicht Kann ich komplett benennen Adjektiv alles Anhänger Und kann hier komplett sagen Jo ähm Gleichgeschlechtliche Ehe Geht voll klar Perversion geht klar Hexerei geht klar Jo alle sollen nackt sein Das geht alles Das ist insane So Jetzt ist unser erster Charakter schon ein bisschen vorgestrickt Theoretisch ist es so Gut man hat doch schon sein erstes Kind was 18 ist Sieht ein bisschen älter aus Meine Fresse der Bart wuchs ne Wenn man jetzt ein Kind bekommt Und von null Dann kann man richtig Das kontrollieren In welche Richtung es sich entwickeln soll Das geht jetzt beim ersten Charakter noch nicht Das heißt der hat hier 17 auf Kriegsführung Das ich Ne Wir gehen diesen Weg So Ihr seht schon es gibt hier drei Talent Bäume nenne ich das jetzt mal Und da gibt es auch drei Schwerpunkte die ungefähr das wieder geben Und ähm Ja da nehme ich jetzt euch einmal mit wie wir diesen Charakter kurz anlegen werden Werden Also Schwerpunkt auf Strategie Das wirkt sich wie folgt aus Äh wir bekommen drei Kriegsführung mehr Und bekommen Kriegsführungserfahrung 32 pro Monat Übrigens ist Games gerade pausiert Normalerweise Schreitet das voran Ähm So dann gibt es auch noch Schwerpunkt Autorität Schreckenszuwachs Wird erhöht Wenn man Schrecken hat Dann Überlegen sich Überlegt sich der Pöbel Zweimal Ob die ne Revolte anfangen Als Beispiel Oder Die direkten Vasallen So der Graf der mir unterstellt ist Ich bin ja Herzogs höher gestellt Der überlegt sich zweimal Ob er irgendwie Was hier gegen mich Vornehmen will Versteht ihr wie ich meine? So Schwerpunkt auf Ritterlichkeit Kommen mehr Ritter am Hof Anziehungsmeinung Man ist halt prächtiger Die Leute finden einen geiler Und krasser Ähm Ist eher so die positive Variante Als die Schreckensvariante Okay Wir haben jetzt hier schon Aha Ich glaube ich gehe auf Schwerpunkt auf Strategie Genau Das mache ich Und Wir haben jetzt hier unten Einen kleinen Unseren Lebenswandelschwerpunkt Und hier füllt sich eine Leiste Das ist die Erfahrung Wenn die voll ist Können wir hier einen neuen Punkt verteilen So Jetzt schauen wir uns erstmal an Also Das ist unsere Genau Das ist unser Herzogtum Munster Ähm Wenn wir da rein scrollen Sehen wir Dieses Herzogtum Hat zwei Grafschaften Das sind die beiden Hier ist die Trennlinie Bei der einen Grafschaft Bin ich selber der Graf Steht hier Grafschaft Träger Bei der anderen Grafschaft Ist es sehe ich schon Jemand anderes Der hat ein anderes Symbol Und zwar Öl Ragenwald Sigt Von Ormond Er hier Seine Meinung ist plus 6 Das ist in Ordnung Ähm Okay Bedeutet Wir Sind hier In keinem Königreich Ja es gibt hier England Als Königreich Und wenn wir da rein scrollen Sehen wir hier die Grafschaften Und die Herzogtümer Noch kleiner übrigens ist Äh ne Das hier ist ne Grafschaft Aber es gibt dann auch noch Baronien Ist noch kleiner Aber wir leben zwar Dort wo eigentlich Irland sein sollte Aber es gibt Kein Königreich Es gibt auch keine Doch es gibt ein Kleinkönigreich Das besteht immer aus Ähm Zwei Herzogtümern Ja das ist auf jeden Fall Ein bisschen Also ne wait Herzogtum Slash Kleinkönigreich Das ist äh Mal so mal so irgendwie Habe ich gerade nicht auf dem Schirm Auf jeden Fall Ähm Haben wir hier schon Kulturell Gleichgesinnte Aber hier ist gerade noch nicht wirklich bestimmt Wer der Boss ist Das heißt unser Goal wird es sein Erstmal Unseren Eisernen Griff In Irland zu festigen So Tipps und so Blenden wir erstmal aus Übrigens es gibt ein geiles Tutorial Das ist viel mit Also eigentlich ist es nicht geil Aber wenn man das Tutorial durchgestanden hat Dann weiß man wie das Spiel geht Aber es ist sehr trocken Es ist eigentlich nur Textboxen Aber okay So Jetzt ist es so Bevor wir hier loslegen Wir müssen erstmal ganz viel anlegen Entschuldigt das Ja Ähm Wir brauchen Ehepartner Ja wir sind Genau Wir sind nämlich Kleinkönig Siehst du es ist Herzogtum Slash Kleinkönigreich Ja Wir sind Kleinkönig Aller wir brauchen Ne Frau Anscheinend Woher haben wir unseren Sohn Eltern nur mich Okay Weird Ähm Wir brauchen eine Ehefrau Da gehen wir jetzt auf die Suche Und Da ist jetzt natürlich Wichtig erstmal Ja wir sind hier Das ist ein enges Rennen Ne Wer hier die Nase vorne haben will Der muss Der muss gewappnet sein Das heißt ich brauche Starke Bündnispartner Ach ne wait Ich laber scheiße Okay ist ja egal Kommen wir gleich zu Ich brauche kleine Ich brauche Bündnispartner Ich will ne Ich will ne Frau nicht mein Sohn So Ich kann hier sortieren nach Bündnismacht Wie alt bin ich? 39 Na gut Ach das geht schon hier mit der 17 jährigen Also mögliches Bündnis Herzogtum Normandie Und da sieht man schon Die militärische Stärke Dieses Herzogtums In der Normandie Da kann man hingehen Äh wait Können wir hingehen Hier Herzogtum Normandie Das hier Ist sogar recht nah Verhältnismäßig Wie gesagt man kann hier bis Äh ne Ja Ähm Und die haben eine militärische Stärke Von 5000 Truppen Wir haben 372 Das heißt Holy Shit Wenn wir den dran kriegen Und hier Kriege erklären Und er kommt rum mit seinen 5000 Mann geschippert Der boxt hier alles weg Und das wird er Wenn wir für ihn einen geilen Deal Äh ne So also nochmal auf uns Ehepartner Fynn Bündnismacht So Adelaide De Portieux Gut Was kann die denn? Die ist ehrlich Gierig Genau das erkläre ich euch auch noch gleich Das ist auf jeden Fall alles in Ordnung Erklär ich euch gleich So das ist jetzt für uns persönlich Nicht der Oberkrasse Deal Abseits der militärischen Stärke Und des Bündnisses Was auch noch relevant ist für einen selber Ist Prestige Was bringt diese Hochzeit an Prestige? Prestige ist äh Eine Ein Wert Der unsere Ruhmstufe vorgibt Wo wir Ähm Kleiben können Warte mal kann ich hier nicht Äh auf Hier ist gerade mein Kelch davor Ruhm Ruhm Wenn ich das hier eingebe Genau Ruhmstufe So Die Ruhmstufe eines Charakters misst seinen allgemeinen Ruf Und wie positiv ihn andere wahrnehmen Jedes Mal wenn ein Charakter Prestige erhält Kommt er der nächsten Ruhmstufe näher Aktuell sind wir Bekannt Und der nächste Schritt wäre Hervorgetan Bekannt auf bekannt wo wir uns aktuell befinden haben wir keinen Effekt Hervorgetan bekommen wir weltliche Meinung Plus 5 Das heißt alle Leute auf der Welt Ist glaube ich die weltliche Meinung Ja Die nicht dem Klerus angehören Achso okay Haben plus 5 Ja die Charaktere haben hier immer eine Meinung Sie hat minus 1 Das ist Das ist neutral quasi Wäre das jetzt minus 80 Dann müsste ich mehr Gedanken machen So und wir können mehr Ritter haben an unserem Hof Ritter sind sehr entscheidend Weil bei Schlachten die es noch geben wird Sind Ritter sehr entscheidend So ich nehme jetzt erstmal nochmal einen Schluck Weil ich habe jetzt sehr viel gesabbelt So das heißt Ist aber erstmal nicht so wichtig Diese 5000 Mann die Dieses Bündnis mit Herzog William der Zweite Der Bastard von Normandie Holy Shit Die sind wesentlich krasser So Also Bündnisse Herzog William der Zweite würde daraus hervor nehmen Hier steht wird annehmen Spricht für ihn auch viel dazu Weil letztendlich Es ist ein Höfling von ihm Es ist nicht mal eine Tochter Es ist einfach nur jemand der in seinem Hof ist Ich bin Billo Der ist viel zu krass für mich Aber Wenn ich einen Höfling von ihm heirate Gut Eine Tochter würde er mir nie geben So Vorschlag abschicken Passiert gleich was wenn wir hier auf Go klicken Achso seht ihr nicht Ich bin Ich kann euch mal zeigen was hier in der rechts unteren Ecke ist Da ist quasi eine Reich Ansicht Da kann man ein bisschen durchschalten Ähm Und man sieht wie viel Tempo das Spiel hat Kann ich später einstellen Welches Statum wir haben Und äh Start Stop Also Das Game läuft Oder halt nicht So So Also das hätten wir geklärt Hier oben haben wir immer so was so anliegt So Jetzt Wir müssen erstmal ein bisschen Groundworking Schreibt gut mit Betreiben Weil ich werde dieses Game Also es tut mir leid aber ich bin gehuckt wie Holy Shit Wir haben einen Rat Egal wer wir sind Ob wir ein kleiner Billo sind Oder der Kaiser Des Heiligen Römischen Reichs Man hat immer einen Rat Der besteht aus den Nächstuntergebenen Das ist quasi wie so eine Pyramide Stellt euch vor wir sind König von Irland Dann sind die Kleinkönige und die Herzöge unsere Vasallen Und die haben auch nochmal Vasallen Das sind dann die Gräfen Und die Gräfen haben auch nochmal Vasallen Das sind Das sind dann die Ja ist auch egal Die Die Bürgermeister und so weiter Okay Dieser Rat sieht aber immer gleich aus Zumindest in den Posten die dieser Rat Innehält Das heißt es gibt ein religiöses Oberhaupt Es gibt jemand der die Verwaltung macht Jemand der die Diplomatie macht Jemand der sich um die Kriegsführung kümmert Und jemand der sich um das Ränkespiel kümmert So Wir haben nur einen Vasallen Das ist der Graf Vom Öltum Von der Grafschaft Ormond Und das ist er hier Den haben wir schon reingetan Würden wir ihn rauskicken Für irgendjemand der an unserem Hof ist Dann wäre er sauer Ja würden wir das machen hier beispielsweise Unsere Tante reinholen Dann würde das ganz schön Meinung von ihm kosten Und dann würde er eher was Gegen uns in Gang setzen So Ich habe jetzt hier verschiedene Fähigkeiten Die ich aktivieren kann Das ist so viel Grob gesagt Ich kann bei der Diplomatie sagen Fremde Angelegenheiten oder Heimische Angelegenheiten Sollen gepusht werden Ich mache heimische Angelegenheiten Das seht ihr schon Das wirkt sich aus auf die Meinung Die jeder Vasall hat von mir Dann kann ich hier sagen Steuern eintreiben erhöhen Oder mehr Entwicklung Da werden Gebäude schnell gebaut Und so weiter Und hier kann ich sagen Aufgebote organisieren Das heißt wenn ich Armeen aushebe Kriege ich mehr Ein bisschen Ich kann aber auch sagen Der soll Befehlshaber finden Dann sucht der für mich Krasse Leute Die beispielsweise Ritter von mir werden Oder Ähm Halt wirklich Heere Leiten können Oder ich sage Ich will mehr Kontrolle Ingemeinen Wenn die hier aufmüpfig werden Dann kann ich sagen Jo gesorgt da mir vor Kontrolle Und das dauert ein bisschen Und dann ist da Kontrolle Der Ratspitze Sorgt dafür Der kann Komplotte Gegen mich stören Er kann aber auch Die die ich in Gang setze Unterstützen Das heißt sie werden Eher erfolgreich Ich kann zum Beispiel sagen Jo hier Unser Bischof Der mag uns nicht so Ich will den mal beeinflussen Dass der uns Dass sich seine Meinung Erhöht über uns Um 25 Das dauert zwei Jahre Und Ne Jeden Monat besteht eine Chance Von 40% Dass es einen Fortschritt gibt Aber grob geht es Zwei Jahre Und zu 60% Findet das Läuft es gut Wenn ich jetzt hier sage Er soll meine Komplotte Unterstützen Steht das dann hier schon Ne ist noch nicht geupdatet Aber ich glaube dann In der Anzeige Wenn wir uns den Äh angucken Also Beeinflussen Das machen wir direkt Weil Der Bischof Der Reichspriester Sorry ist noch nicht unser Der duldet uns nicht Wenn der uns duldet Bedeutet Meinung eins oder mehr Dann bekommen wir Deutlich mehr Kohle Und deutlich mehr Armeen Weil Ja zu der damaligen Zeit Hat die Kirche Hier generell das Christentum Ganz schön Also eine ganz schöne Macht Wir müssen uns da Wir müssen uns da Tuckwald nach den richten Also dann hier auch später Im Lebenswandel auf Bildung zu gehen Und viel Theologie Gelehrter und so weiter zu gehen Das kann sehr viel Sinn machen Bei bestimmten Sachen Weil man kann später auch Kriege erklären Als Religionskrieg Wenn wir eine andere Religion haben Dann setzen wir Theologie ein Äh Frömmigkeit Theologie Frömmigkeit Die erhält man jeden Monat Wenn man krasse in Theologie Und dann kann man da Sehr easy mit Kriege führen Als ein Beispiel So also der soll uns billigen Und Das ist eine sehr essenzielle Fähigkeit Anspruch auf Gemeinde fingieren Das heißt wir können ihm sagen Jo Dude Hier ist ja eine Grafschaft Hör mal Ne das ist sogar Eine Herzogtum Also hier unser Bischof Ist doch Bischof Reichspriester Reichspriester Das ist Anscheinend Irgendwo das gleiche Okay Ich kann sagen Jo Lieber Bischof Flight Bertach Sorg mal dafür Dass du irgendwelche Schriften findest Dass wir Anspruch auf dieses Herzogtum Erheben können Und weil Wir können nicht einfach irgendjemanden Krieg erklären Das geht in diesem Spiel nicht Und so ging das auch früher nicht Man braucht immer einen triftigen Grund Oder Einen Anspruch Auf Dieses Ähm Diese Region Das heißt hier ingame immer Titel Jedes Herzogtum Jedes Herzogtum Jede Grafschaft Jedes Königreich Ist an sich Per Definition Ein Titel Denn wenn man Diesen Titel bekommt Also mit diesem Titel Geht immer die Kontrolle Über dieses Gebiet Einher Herz Herzogtum Grafschaft Königreich Kaiserreich Whatever Und dann behält man diesen Titel Inne Man selbst ist dann Der Kaiser Dieses Kaiserreichs Aber dieses Kaiserreich ist eigentlich ein Titel Versteht ihr was ich meine? Ist auch nicht schlimm wenn nicht So Das heißt der arbeitet jetzt daran Das dauert ein bisschen Hier was zu finden Um Bücher und so aufzutreiben Irgendwelche Schriften Um zu sagen Jo Lieber Papst Äh Ach wir haben gar keinen Papst Wir haben gar keinen Oberhaupt Naja okay auf jeden Fall Es ist legitim dann Krieg zu führen Das ist unser Ziel Wir wollen uns hier breit machen Ich glaube das ist tatsächlich Ein ziemlich großer Rivale Hm Vielleicht sollten wir erstmal was kleineres angehen 400 Truppen 200 Guck mal Der hat wenig Machen wir Zack So Das Die sind klein und schwach Aktuelles Spiel pausiert Wir können hier alles noch reklamieren Äh äh Dings 241 Ist ja auch super bad Das ist ja noch weniger Ne Doch nicht Das sind schon die Schwächsten Okay Wir können übrigens auch Leute die uns Ähm Untergeordnet sind Vom Titel her Wir sind ja Herzog Das hier ist ein Graf Das ist nur eine Grafschaft Können wir das Vasallentum anbieten Dass er Unser Vasall wird Und damit Wir auch Dieses Gebiet kontrollieren Aber das will er nicht Weil er mag uns nicht Und da müssen die uns schon krass lieben Oder man hat ein Druckmittel gegen die Leute Man kann Druckmittel erzeugen Wird später noch automatisch passieren Gut So Das haben wir auch erledigt Vom Bischof nicht gebildet Okay Äh gebilligt Okay Da haben wir jetzt gesagt Junge Wir starten hier ein Komplott Zwölf Monate Und dann mag er uns Wir können Krieg erklären Weil wir Ein Anspruch haben Auf Diesen Titel Aha Und das ist Äh Das Reich Äh Das ist die Grafschaft Äh Krass Okay Und die sind ebenbürtig 382 Truppen Und Jetzt ist hier was ganz entscheidendes Prestige Prestige Kann ich nochmal erzählen Wir sind Wir sind das Oberhaupt der Dynastie Und des Hauses Spandau Ja Kleinkönig Molchert ist Das Oberhaupt Das heißt Das heißt wir dürfen Bei unserer Familie Oftmals Äh Wupp Hoppala Die ähm Bestimmen wen die heiraten sollen Und das ist sehr essentiell Zum Beispiel unser Sohn und Erbe Den zu verheiraten früh Den zu verheiraten früh ist sinnvoll weil Sobald er 18 ist fängt er an Kinder zu machen Das ist super wichtig Weil die kann man dann auch verheiraten Wieder Bündnisse schaffen Prestige bekommen Die vermehren sich dann auch Da brauchen wir gar nichts mehr machen Das passiert automatisch Unsere Dynastie Unsere Häuser werden immer größer Die gründen Nebenhäuser Und es regnet nur so Prestige Und auch Bekanntheit Das ist übrigens noch ein Wert Umso bekannter wir sind Unser Haus Unsere Dynastie Können wir später In unserem Kann man das hier schon machen Wait Genau Können wir ein Vermächtnis Also ist quasi auch ein Skilltree Für unsere Dynastie Wir können zum Beispiel ein Skillen Blaues Blut Das bedeutet vererbliche Eigenschaften 30% eher Kommen wir auch noch hin So Den verheiraten wir jetzt auch noch Ähm Unseren Sohn Dann machen wir mal Bündnismacht wieder Ähm Herzogtum vom Böhm Die sind richtig krass Ne Wait 2700 Jo Das haben wir hier doch Fürstentum Gwent Und die sitzen in Wales Wales gibt es aber auch noch nicht Das ist aufgeteilt in Okay Können wir nicht Man kann das übrigens auch anders machen Man kann hier sagen Jo England Königreich England So Da haben wir hier den König Harold Der Zweite Der hat Hat der Töchter Ja der hat eine Prinzessin So und da können wir jetzt sagen Jo Heirat arrangieren Unser Nicht uns selber Wait Heirat arrangieren Unser Sohn Und die nehmen an Seh ich gerade Aber das Ding ist Das nicht mit dem König selber sondern Das ist nämlich die Tochter aus einer anderen Ehe Das ist gar nicht die Tochter von ihr Sondern von der Gräfin Man kann nämlich auch ganz viele Affären führen Und Bastarde erzeugen und so weiter Deswegen Ich habe mich schon gewundert Was will der König von England Seine Prinzessin an mich verheiraten Aber das ist anscheinend Ja Die ist aus keiner legitimen Ehe Das heißt wir würden lediglich ein Bündnis mit der Mutter machen Und die hat Ja Truppenstärke 500 Hm Okay Das heißt er hier hat Wir können ja mal auf die Königin Die aktuelle klicken Und Kinder So Sie hier Heirat Nein nicht ich Oh lol Der Vater ist verstorben Ah Das Bild für Okay Er hat die sich irgendwann gesch- Okay es ist komplex Gut Ihr merkt schon Also das ist manchmal verstrickt Ich würde jetzt einfach das so machen Dass ich meinen Sohn Verheirate mit Wir sind übrigens immer noch nicht beim Gameplay wirklich Ich Setz gerade erst alles in Gang Bündes macht Es ist jetzt schon sortiert nach dem stärksten Bündes Was kann sie denn Ruhig Bescheiden Gruß für euch okay Vielleicht würde ich hier nochmal gucken Man kann filtern nach fruchtbar Das ist wichtig Damit die überhaupt Kinder kriegen können Und Eigenschaften vererblich Neben diesen ganzen Eigenschaften die ich gleich noch ein bisschen erklär Gibt es auch solche die vererblich sind Das heißt es steht da ja auch schon Die Möglichkeit dass diese Erbschaft meine Kinder bekommen besteht Und wunderschön ist eine sehr starke Eigenschaft Da gibt es noch Abstufung Ähm Stadtlich das ist quasi nur 20% mehr Fruchtbarkeit 20% mehr Meinung 2 Diplomatie Wunderschön ist eine Stufe drüber Ist die höchste Stufe Und es gibt auch noch eine ganz kleine Ist die hier Ja hier die ganz kleine Rose Wohlgestalt So das heißt Das ist richtig Das ist ein guter Fang Mögliches Bündnis Grafschaft von Luca Wenig Truppen Aber Das ist eine solide Königin Später mal Weil wenn wir sterben Spielen wir nämlich mit unserem Sohn weiter Krass Machen wir Also 30% mehr Fruchtbarkeit Wir brauchen jetzt schnell richtig viel Familie Vorschlag abschicken So Dann Habe ich hier noch einen Halbbruder Da würde ich jetzt gern Den würde ich jetzt hier gern schon mal unterverheiraten Äh Da ist aber die Frage Ne ist egal Ich mache hier am Anfang nur noch Also ist die Frage Das wären ja potenziell wenn ich die alle besiegt habe Meine Vasallen Wenn ich die jetzt unterverheirate Dann ist das ganz gut für mich Aber ich gehe jetzt hier mal nur nach Bündnismacht So Was haben wir hier Wenig Truppen Aber Halbbruder bringt auch nicht so viel So und wir haben jetzt noch einen Halbbruder Der auch unser Ritter ist Bündnismacht Oh er ist sogar ein Lisper Lispler Er lispelt Anziehungsmeinung minus 5 Diplomatie minus 5 Das ist natürlich scheiße Okay Das bringt ihm sogar negativ Prestige Aber das tangiert mich nicht Machen wir So Wir haben jetzt glaube ich Erstmal Alles gemacht Was wichtig ist Wir haben alles in die Wege geleitet Ich habe alles erklärt Außer die Eigenschaften Folgendes Wenn wir ein Kind bekommen Können wir sagen Wir Unterrichten es Der ist 18 Deswegen ist der Schon gedruckt Der Der Drops ist schon gelutscht Das geht immer bis zum Lebensjahr 18 Und in dieser Zeit können wir diese drei Persönlichkeitseigenschaften Ein bisschen gestalten Da gibt es eine Auswahl von unterschiedlich vielen Wenn jemand zum Beispiel Ich selber bin maßvoll Da könnt ihr euch durchlesen Was das alles bringt Meinung Von Insel christlich Das ist meine Religion Das ist beliebig Ähm Frömmigkeit mehr Mehr Verwaltung Gesundheit kleiner Bonus Und dieses maßvoll ist in unserer Religion Eine Tugend Ja diese Eigenschaften können Tugenden oder Sünden sein Und das habe ich ja vorhin schon gesagt Wirkt sich ein bisschen aus Wirkt sich aber generell auch immer diese Persönlichkeitseigenschaften auf Die Persönlichkeit ein Das heißt wenn ich einen Vasallen habe Der zufrieden Der die Eigenschaft zufrieden hat Muckt der seltener auf Als einer der gierig ist Unabhängig davon dass sie auch Ein paar äh Boni und so Geben Das nur am Rande So dann haben wir hier Ausbildungseigenschaften Das heißt wenn ein Charakter 18 wird Je nachdem wie gut er ausgebildet wurde Bekommt er dann eine Ausbildungseigenschaft Er hatte hier Das kann man dann beim Kind schon sagen In welche Richtung es gehen soll Ne Hinweis wieder hier auf die Fünf Lebenswandel Wir können schon bei einem Kind sagen Jo du sollst Grundlegend in der Verwaltung geschult werden Ich plane bei meinem nächsten Erben Auf Verwaltung spielen zu wollen Ähm Dann bekommt er hier Verwaltungsausbildungseigenschaften Ist jetzt hier nicht der Fall gewesen Wie gesagt hier ist alles vorgegeben Und im Laufe eines Lebens Gibt es verschiedene Ereignisse Wodurch man mehr Skills bekommen kann Ähm Es gibt einfach Ja genau Unterschiedliche Ereignisse So Das nur dazu Und genau Es gibt die vererblichen Eigenschaften Die sind sehr sehr nice Haben wir eben schon gesehen Mit wunderschön Da gibt es noch ein paar andere So eine Sache hätte ich jetzt noch Wir können uns mal unseren Hof anschauen Da habe ich schon häufiger jetzt gesagt Jo es gibt einen Hof Und die Leute sind an einem Hof Und bla Was bedeutet das Nun denn Ihr kennt ja alle die Ritter der Tafelrunde oder Letztendlich war das der Hof von König Arthus Aber allerdings nur die Ritter An einem Hof sind immer alle Leute Die bei einem chillen Die Familie die nicht verheiratet wurde Und deswegen weggereist ist Ähm Hier ist meine Tante mein Cousin Ähm Aber auch Höflinge Das sind einfach generell Leute Höheren Oder auch niedrigeren Adels Ne Die gehören alle im Haus an Das ist Adel Es gibt aber auch Leute die niedrige Geburt haben Die einfach Höfling sind Unser Bischof ist an unserem Hof Und auch die männlichen Leute die an unserem Hof kommen Die können wir zu Rittern machen Äh wir können uns hier mal den Militärreiter angucken Generell hier sind ein paar wichtige Reiter Wir können maximal 6 Ritter haben Unsere Aufgebote Unsere mögliche Armee Die wir ausheben können jederzeit Besteht aus 366 Truppen Wir können bis zu 5 Kriegsvolkregimente ausheben Bogenschützen, Reiter, Peginiere Das kostet 100 Gold Wir kriegen 1,7 nur pro Monat Ja Aber man kann auch später Gefangene verkaufen Und man kann auf vielen Wege Auf vielen Wegen gut Geld machen So die kann man rekrutieren Pekingiere 400 Gold Aber die kosten auch Pro Monat 0,3 Äh 0,3 Wenn sie nicht ausgehoben sind Sondern wenn sie so lungern Wie unsere Aufgebote hier Weil wenn Krieg ist Kann man erst sagen Jo Alle Aufgebote Alle Kriegsvolkregimente Ausheben Dann sind die hier auf der Map Und dann kannst du die steuern Und dann kosten die auf einmal Dreimal so viel pro Monat Das heißt wenn ich hier allein Ein Kriegsregiment Kriegsvolkregiment ausheben würde Im Kriegsfall Würde das Fast 1 Gold pro Monat kosten Das heißt ich würde nur noch Also hier stand jetzt Wären das 0,8 nur noch pro Monat Und da sind meine Aufgebote noch gar nicht Achso die kosten immer nichts Das ist ganz nice Ja So wir können hier aber unsere Ritter angucken Da sind jetzt diese ganzen Leute aus unserem Hof Die männlich sind am Staat Und da können wir sagen Wer am Staat sein soll und nicht Da müssen auch immer alle Vasallen dabei sein Oder können Und wir können die auch zwingen Und die können auch in der Schlacht sterben Das heißt wenn wir hier so einen Ratskanzler haben Das ist unser Vasall Der Ratskanzler ist er hier Ratskanzler ist die Position Die sich um Diplomatie kümmert Die haben alle immer einen Namen Ratsverwalter Ratsspitze und so weiter Das ist der Bürgermeister unserer Stadt Innerhalb unserer Grafschaft Innerhalb unseres Herzogtums Also unser Vasall Untergeordnet Würde der uns nicht mögen Und wir würden den nicht mögen Und der hätte Kein Erbe aktuell LOL der ist nicht verheiratet Gar nichts Dann würde die wieder an uns gehen Und wir könnten jemand anders x-beliebigen einstellen Ähm Dann können wir sagen Jo Wir zwingen den mal In den Schlachten zu kämpfen Und wenn er ein scheiß Kampfgeschick Wert hat Dann stirbt er auch mal easy Wir können aber genauso auch sagen Jo Du bist ein wichtiger Verbündeter Du bist wichtig für die Stabilität meines Reichs Du bist mein Bruder Dich will ich keine Ahnung schützen Dann können wir es verbieten Aber Richtig krasse Leute hier Neffe und Ritter Komm Dich zwinge ich Elf Zehn Das ist gut, gut, gut So Unseren Ratsspitzel Verbiete ich mal Unser Bürgermeister erstmal auch Die können mich ganz gut Ne So zwingen So Und bei den anderen erlauben So wir können auch Ritter einladen Das kostet Prestige Dann wird in der folgenden Zeit Krasse Leute an unserem Hof kommen Ja Wir können hier noch ein paar Aktionen machen Beispielsweise ein Fest mal veranstalten Dann mögen uns unsere Vasallen mehr Da passieren auch Sachen und so weiter Aber ich würde sagen Wir Sagen jetzt einfach mal go Und hier passieren Sachen auf der Welt In Geschwindigkeit 3 Zack Bündnis mit Baron Pierre von Chateau Thiori geschmiedet Ja Das war der Allzu gern nehme ich die vorgeschlagene Heirat an Euer Bruder Und meine Tochter Gehen den heiligen Bund der Ehe an Genau, wir haben die ja verheiratet Nice So Jetzt bin ich aber gespannt Was mit meiner Hochzeit Euer Bruder Genau das ist noch der andere Bruder So Zack Und hier ist der dritte Allzu gern nehme ich Die können nämlich auch ablehnen So Er hier ist der wichtige Der ist hier von der Von der Dings Normandie Oh Normandie Die haben schon einiges durchgemacht Auch damals schon Nice Ausgezeichnet Die haben jetzt Bündnisse Und noch einer Unser Sohn und Erbe Genau der wurde ja auch verheiratet So Und es geht direkt wild los Unser neuer Verbündeter Herzog der Normandie Will uns in den Krieg rufen Gegen den König von England Ja Moin Ähm Ja Wir könnten ablehnen Dann verlieren wir aber Meinung bei ihm Das würde die Chance verringern Dass er bei unserem Krieg joint Jetzt würde mich mal interessieren Was hat denn der hier für Bündnisse Oh der hat schon Krieg gegen Gegen König Harald Das ist der König von Norwegen Hm das heißt die sind hier schon im Krieg Der ist im Nachteil Normandie Wie viel Also wir haben theoretisch 5300 Norweger Äh Scheiße Ähm Ähm Nein So 6200 Franzosen aus der Normandie Und 440 Mann von mir Gegen England Boah geht's direkt los ne Ich weiß nicht Leute Eigentlich Wollte ich mich jetzt erstmal bedeckt halten Jetzt habe ich das weggedrückt Wait a minute wo ist das Ja ich habe jetzt abgelehnt Also ich habe nicht zugesagt ne Ach lol der hier Das ist der falsche Herzog Will So Ja ich habe jetzt nicht zugesagt Okay Gut Ich lass die mal machen So wir Wir machen jetzt Nehme ich erstmal unseren eigenen Krieg Und zwar gegen die da oben 430 430 Wir haben ja hier Wir haben ja hier einen Anspruch fingieren Das ist schon ein bisschen fortgeschritten Das ist ne Billo Okay Ja ich würde sagen Wir machen das gegen die da oben Und rufen unsere Verbündeten in den Krieg So das heißt wir erklären hier Krieg Ansprüche von mir Es geht darum Das heißt wenn ich den Krieg gewinne werde ich das bekommen Kostet 138 Prestige Krieg erklären Ab geht die Luzi So ich habe pausiert Denn jetzt will ich erstmal Verbündete in den Krieg rufen Ähm na der Herzog ist beschäftigt aber Wo ist er denn? Da unten Okay das ginge Baron Pierre Aha Graf Al Ne das ist ja eben aus den ganzen Heiraten die wir da abgeschlossen haben Ich glaube ich würde ihn hier mal rufen Wobei der hat nur 180 Mann Ne wir rufen einen Herzog Der wird annehmen Cool Mal gucken ob er rumkommt So Okay Und wir nehmen jetzt unsere Truppen aus Aufgebote Achja genau Alle Armeen ausheben Zack So Die werden jetzt gesammelt Wir können jetzt sagen Befehlshaber Das sind wir Weil wir sind krass Er sagt zu Ehre So und jetzt würde ich die erstmal kommen lassen Äh sonst was Das ist ja einer unserer Vasallen Der ist hier von Ormond der Graf Und der Bürgermeister von der Stadt Ines Genau auch unser Vasallen Ja die sind unzufrieden ne Wie es läuft Also es hat noch nicht angefangen Aber die sind schon unzufrieden Der eine will einen direkten Stürmangriff auf den Feind Und der andere will dass wir Geduld walten lassen sollen So und ich soll jetzt entscheiden was wir machen Ich könnte sagen unser Ich übersetzt das jetzt euch Das ist super viel Detail Dings Zockt das am besten mal selber Wirklich dann ist auch das zusehen hier richtig geil Ich sag euch das Ich übersetzt das jetzt mal für Noobs Moin Ähm Also entweder wir sagen Jo wir pflichten dem einen oder dem anderen bei Je nachdem verbessert uns Die Äh verbessert sich die Beziehung mit dem einen oder dem anderen Und Wir bekommen verbesserte Verteidigung Da können wir Theoretisch auch manchmal Drüber havern Und manchmal Irgendwie nicht Also manchmal geht das Dass wir in ein Fenster kommen Und da dann drüber havern können Weil diese verbesserte Verbesserter Angriff Das ist eine Fähigkeit Die wird dann hier noch aufgelistet Sehen wir gleich So Ähm Oder ich sage Jungs Macht wie ihr wollt Dann bekommen die beide Erhöhen sich beide ihre Meinung mir gegenüber Aber allerdings nur halb so doll Dadurch dass ich aber krass skilled bin In Kriegsführung Habe ich ein Eine extra Option Und die sagt Auch ich Erhalte Verbesserte Achso Der eine ist für verbesserte Ah Wenn ich den einen beipflichte Bekommen Er Verbesserter Angriff Und ich Aber nicht er Der andere Oder Umgedreht mit verbesserte Verteidigung Und ich Ähm Und wenn ich sage Jo macht was ihr wollt Dann bekommt der eine verbesserte Angriff Der andere verbesserte Verteidigung Ich aber nichts Ich kann jetzt aber Weil ich krass bin in Kriegsführung sagen Jo wir kriegen alle das was wir wollen Aber die Meinungen werden jetzt nicht erhöht Aber das mache ich Weil dann kann ich das jetzt auch mir mal durchlesen So zack Da sind die Effekte Also verbesserte Angriff bringt Bei einer Schlacht 10% mehr gegnerische Todesverluste Und der Angreifer Hat einen Vorteil Also wenn wir Angreifer sind Ähm Und andersrum Verteidiger Verbesserte Verteidigung bringt Ne wir haben das jetzt 5 Jahre lang Ziemlich nice Verteidiger Vorteil plus 5 Wenn wir Verteidiger sind Wenn wir angegriffen werden Und wenn wir in unseren eigenen Kontrollierten Territorien uns aufhalten Nochmal plus 2 So das schonmal richtig Ehre Weil wir sind Also ne wir sind krass Diplomatie sind wir kacke Aber ich bin mir ziemlich sicher Wir gehen da jetzt mal hoch Dass wir auch allein die weg machen So Aber ich glaube Oh Unsere Gemahlin Erhält die Eigenschaft schwanger So wir sind auch nebenbei Neben dem Schlachtfeld fleißig So Wo kommen hier seine Leute? Oh lol Er hat die gar nicht für uns eingesetzt Sondern Schüppert weiter rüber Ja mach da erstmal dein England Ding Okay So dann gehen wir jetzt mal hoch Der wandert hier Ist gerade mittlere Geschwindigkeit So und das sehen wir schon Ich mach jetzt mal Pause 445 Truppen Das sind ein paar mehr Aber wir sehen schon Würden wir jetzt dahin latschen Bekommen wir hier Eine Eine Einschätzung Ihr werdet wahrscheinlich siegen Die Schlacht würde neun Tage gehen Denn Wir haben einen deutlich besseren Armeebefehlshaber Und Wir haben eine Armeebefehlshabereigenschaft Nämlich Furtner Das ist hier eine Eigenschaft Die wir einfach haben Das heißt Wir können Gewässer Ohne Defizite überqueren Mh Denn hier geht anscheinend Ja Jedes Gelände hat halt Vor- und Nachteile Die haben hier einen Verteidigungsbonus Einmal weil da Ähm Eine Baronie drauf ist Also das ist halt befestigte Anlage Und weil es ein Hügel ist Aber ich bin fest davon überzeugt Wir gewinnen das So ich geh da jetzt drauf Und dann gibt's jetzt eine Schlacht So Jetzt gibt's hier Trinken wir erstmal unseren heiligen gekrönten Wein Und wir sehen schon Die werden komplett weggebuttert Und ich mach mal Pause Hier sieht man nämlich auch schon ganz gut Wir haben 6 Ritter Die haben 4 Und Ritter sind sehr essentiell Das hab ich ja schon mal angerissen Stößchen Ich lese einfach mal vor Ein Ritter ist ein Charakter Der sich eurer Armee anschließt Um an der Seite der Truppen zu kämpfen In Schlachten greifen Ritter Auf ihren Kampfgeschick Wert zurück Um effektiver zu kämpfen Ein hohes Kampfgeschick heißt Dass sie dem Gegner mehr Schaden zufühlen können Und viel Sehr viel wahrscheinlicher überleben Und unbescheidert aus der Schlacht hervorgehen Ein Charakter kann nicht gleichzeitig Befehlshaber und Ritter sein Ja Das heißt wir selber können nicht mitkämpfen Diese Streiter haben unterschiedliche Namen Je nach Kultur und Glauben Okay, ja Das heißt wirkt sich Also ne, wir haben ja vorhin gesehen Wem wir alles zum Ritter machen können Und die Gegner haben auch Ritter Und unsere Ritter können deren Ritter killen Es gibt noch Güte Das bedeutet Die Güte spiegelt die Stärke der Armee Also quasi Wie ist die Armee so aufgestellt Also wie motiviert sind die oder ne Es geht auch ein bisschen Es gibt auch noch Versorgung Wie viel Verpflegung haben die Aber Güte ist sehr wichtig Güte spiegelt Die Stärke einer Armee Im Verhältnis zu ihren Truppen wieder Eine Armee Die nur aus Rittern und Kriegsvolk besteht Wird eine hohe Güte haben Wohingegen eine Armee Die viele Aufgebote enthält Das sind die Billotruppen Das sind so Bauernaufgebote Ähm Wohingegen eine Armee Die viele Aufgebote enthält Eine niedrigere Güte haben wird Das heißt Das heißt Das eine kleinere Armee Mit hoher Güte Deutlich stärker sein wird Als man erwartet Man sollte also immer sowohl Die Zahl der Soldaten Als auch die Güte bedenken Bevor meine Gegner In eine Schlacht verwickelt So wir lassen mal weiterlaufen So wir buttern die weg Schlacht gewonnen Bam So Jetzt sitze ich leider davor Aber Hier steht Wir haben Gefangene genommen Und zwar einen feindlichen Kombatanten Und zwar Unseren Widersacher Zufälligerweise Der ist anscheinend nicht Befehlshaber gewesen Ja Also es ist ein bisschen random Wen man gefangen nimmt Je nachdem wer beteiligt war In der Schlacht Und Das ist ziemlich lucky Das passiert nicht oft Denn Äh Wir haben jetzt quasi schon den Krieg gewonnen Normalerweise können wir jetzt noch die Stadt belagern Und das Gebiet kontrollieren Und Wir können hier mal die Übersicht haben Von Der aktuellen Ähm Dem aktuellen Krieg Und da sehen wir Gibt er verschiedene Kriegs Wie sagt man Kriegspunkte Ja Bei 100% können wir unsere Forderungen erzwingen Das heißt wir haben gewonnen Die knicken ein So und das ergibt sich aus Wie viel Besitztümer haben wir besetzt von denen Wie viel Schlachten haben wir gewonnen Die Schlacht die wir jetzt gewonnen haben Gibt 18% Bis zur Bis zur Forderung erzwingen Ähm Aber wenn wir Den feindlichen Kriegsanführer gefangen halten Gibt es 100% So das heißt wir können jetzt schon unsere Forderungen erzwingen Wir erhalten ein bisschen Prestige Wir sind krass Hätte er jetzt den Krieg erklärt Und wir würden gewinnen würden wir Ultra viel Kohle bringen Ähm bekommen Wir haben ein Wir haben ein Wait a minute Es war doch nicht der Chef Er ist der Chef Ach ne er ist wieder frei Er hatte nur eben einen Helm auf Das war gerade ein bisschen verwirrend So Also können wir auch so Wir wollen mehr Geld Mehr Steuern Dann ist aber richtig sauer 15% Äh 15 weniger Meinung Und Es ist ein Akt der Tyrannei Weshalb auch Die Meinung Ähm Von uns Als Herrscher Allgemein abnehmen würde Und dann gibt es auch Bauernaufstände Und wir sind richtig am Arsch Aber mit einem Druckmittel Geht das weg Weil das ist halt sein Problem Wir sagen Jo Wir kommunizieren das nach außen so Dass das Dass du das Ne Und dann hat er den Dreck am Stecken Ist richtig nice Ich würde aber erstmal sagen Wir sagen Ich würde sagen Wir sagen Wir brauchen mehr Truppen Die Aufgebote werden um 5% erhöht Wir setzen unsere Druckmittel ein Und klicken auf ändern So Wir haben hier nochmal Ja Sieg Toll Ehre So und jetzt Äh Lösen wir alle unsere Truppen auf Bekommen dadurch gleich Wieder mehr Geld pro Monat Achte mal da oben drauf Zack Die lösen sich da oben auf Die sind einfach weg So und jetzt haben wir schon Zwei Gebiete Und wir haben jetzt auch Ja die regenerieren sich die Truppen Aber man hat ja eben gesehen In Falle eines Krieges Gibt er uns 49 Truppen Ich setze nicht vor Sehr geil Diese 49 Truppen Fließen hier in unsere Aufgebote rein Wir hatten eben weniger Die sind auch gestorben Deswegen müssen die erstmal sich ein bisschen regenerieren Aber ja So Wie läuft es sonst Er hier ist bald beeinflusst Wir können auch unsere Komplotte Da haben wir eine Übersicht Oha Jetzt passiert hier gerade was Eine Herausforderung Ich befinde mich gerade im Übungskampf Gegen einen meiner Soldaten Und der Schweiß steht mir auf der Stirn Bla 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 Mein Ritter Wink mir zu Ich gehe hinüber und begrüße ihn Wir unterhalten uns eine Weile Über unsere Übung Die ist das Den Übungen Gewichte heben Mit der Waffe Achso Und tauschen Kniffe und Ratschläge aus Gerade möchte ich mich umdrehen Und weiter üben Als er mir vorschlägt Man könne gegen ihn antreten So Das ist einfach nur ein Ritter von uns Der ist noch in unserem Hof Und ich könnte die Herausforderung annehmen Oder ablehnen Wenn ich sie ablehne Büße ich Prestige ein Wir wissen ja inzwischen wofür wir was gebrauchen können Wenn ich es annehme Haben wir eine Kampfgeschick Herausforderung Und zu 37% verlieren wir Krass Der hat doch nur 9 Kriegsführung Aber 10 Kampfgeschick Okay Und wir haben 21 Kriegsführung Aber nur 5 Kampfgeschick Verstehe Ich sag mal lieber nicht Weil das wird sonst peinlich Okay wir lassen weiter laufen Ja Ist auch schön Meine Krone ist so ein bisschen aus Gummi Deswegen kann er auch wunderbar Kann er auch wunderbar das Headset drüber Ich würde noch mal ein Schlückchen trinken Wunderbar So Jetzt können wir theoretisch sagen Jo Ist ein bisschen Zeit ins lang gekommen Unsere Truppen haben sich langsam regeneriert Oh Hier ist gerade ein Ereignis Wir haben einen Mangel in Schuldheißen für 5 Jahre erhalten Mangel an Schuldheißen Was ist Schuldheißen? Ey das ist doch ein Bier aus Berlin Wie kommt das da her? In dieser Grafschaft gibt es nicht genügend Schuldheißen für das gesamte Gebiet Sondern da gehen die Steuern runter Der Zuwachs, Volksmeinungen ist alles kacke So ich guck mal welches Diese Grafschaft ist gemeint Okay das heißt Wir sagen Unser Ratsmarschall Soll Gemeinde Mehr Kontrolle in Gemeinden ausüben Und klicken auf diese Grafschaft So und das ist auch schon fast voll Weil der Schaden ist nur minimal Das wurde jetzt schon behoben Oh wir haben ne Tochter bekommen Okay super 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 Und der arbeitet jetzt noch dran Dass das alles ein bisschen behoben wird So So Wir haben ne Tochter Wallala Wir können jetzt sagen wie die heißt Und ich würde mal sagen Meine Tochter heißt Also jetzt nicht falsch verstehen aber Ich nenn die jetzt mal Tamina Aber ich will einfach dass alle meine Nachfahren So heißen wie Leute aus meinem Umfeld Nicht hier dass ich irgendwie Also So Mögest du stark und weise werden meine Tochter So und jetzt ist nämlich das was ich vorhin gesagt habe Ich pausier mal Wir haben jetzt ne Tochter Neben unserem Sohn der uns schon von Anfang an zur Verfügung stand Wir haben jetzt ne Tochter Die kleine Tamina Die hat noch gar nichts Gut die hat eins in Bildung Was schrecklich ist Aber sie hat keine Eigenschaften Wir können sie jetzt schon verheiraten Wir können aber auch sagen Wir möchten dieses Kind unterrichten Dann werden wir Vormund Wir können auch jemand anderen Von unserem Hof Vormund äh sagen Also wenn wir jetzt zum Beispiel jemand Also Beispiel Und das werde ich wollen Ich möchte dass Tamina Ach ne es geht nicht Weil ich habe schon einen Sohn Und die Erbrecht Folge ist hier ein bisschen komplex Ist noch ein anderes Thema Wäre vielleicht für die nächste Folge was Aber gehen wir dann mal davon aus Ich plane damit das Tamina Mein Spiel Erbe wird Und all meine Titel erbt Und ich mit ihr weiterspiele wenn ich sterbe Und ich würde wollen Jo die soll krass in Verwaltung werden Weil ich will Rich Money machen Meine Graf schaffen Herzogtümer ausbauen Alles mögliche Dann würde ich sagen Nicht ich soll Vormund werden Sondern jemand mit krass viel Verwaltungsskill Es sei denn Mir ist es Weil ne dann wird die darin krasser Es sei denn Mir ist es wichtig Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege Weil ich bin mir nicht ganz sicher Habe die Vorgänger nicht gespielt Es sei denn Mir ist es wichtig Dass sie Bestimmte Eigenschaften erhält Ne Gierig Ruhig Zufrieden Eifrig Und so weiter Das ist es mir Das ist mir eigentlich wichtiger Als dass sie ein zwei Punkte mehr in Verwaltung hat So oder so Es ist immer ratsam Seine Kinder Da der Vormund Man kann auch sagen Jo König von England Bitte wehrt hier mein Vormund Von meinem Kind Das bringt auch Meinung Und so weiter Oh hier läuft übrigens Der Krieg anscheinend ganz gut Für die Normandie So Okay Ich würde sagen Ich habe Jetzt schon sehr sehr viel erklärt Wir sind eigentlich ab jetzt Good to go Ab jetzt sind es nur noch Feinheiten Es war jetzt super viel Input Freunde Ich kann verstehen Das ist nicht Das Spiel was am attraktivsten aussieht und Es war sehr sehr viel Input Es ist sehr komplex Aber ab jetzt Wenn ihr das verstanden habt Das Spiel ist kein Krasser Triple A Titel Und kostet nicht 70 Euro Ich kann Wenn ihr auf Strategiespiele steht Holt es euch Wirklich tut euch einen Gefallen Ich werde auch fernab von diesem Einmaligen Placement Noch sehr viel zu diesem Spiel Ich schwöre euch Wir werden das streamen Ich werde hier ne Also wir werden Diesen Spielstand weiterspielen Und es wird's Vielleicht werde ich sogar nochmal Neuen machen Nachdem ich jetzt alles erklärt habe Irgendwo In Arabien Ich glaube das fände ich sehr witzig Aber In diesem Part ging es mir darum Euch das Spiel näher zu bringen Weil Der Einstieg ist das schwerste Und wenn man das jetzt geschafft hat Ab jetzt wird es So So Lustig Ein paar Anekdoten aus meinen 47 Stunden Der letzten 5 Tage Ich war Wochenende Und Urlaub Und Bindehautentzündung Ich habe Ähm Passt auf Ich habe einmal Mein Sohn Mit der Prinzessin von Schottland verheiratet Die kommt rüber Alles nice Auf einmal Konvertiert Ganz Schottland Zum Islam Mein Sohn da Mit der Prinzessin Und sie auf einmal Muslim Und sagt Nö ich hau wieder rein Also hier der christliche Glaube Sie geht wieder Bricht die Ehe Und wir haben Einen religiösen Krieg auf einmal Gegen Schottland Ein anderes Beispiel Ich hatte hier einen Vasallen Der saß hier Das war mein Neffe Sterzig Das war mein Neffe Sterzig Und Wir konnten gar nicht miteinander Also habe ich gesagt Jo Mordkomplott Der muss weg So dann kann man Hier ein Mordkomplott ein So und dann dauert das Und wenn es glückt Dann wird er gekillt So weil Der war auf dem War ich nicht gut zu sprechen Und sein Nachfahre Mit dem konnte ich gut Auf einmal Er stirbt Der Nachfahre Ploppt hier rein Und Der Nachfahre Und seine Frau Splitterfasernackt Ich so Um Gottes Willen Um Gottes Willen Welch Prefe Check gar nicht was abgeht Denk es das wäre ein Bug Seh dann aber Deren Religion war irgendwie Andere Glauben Kann man sich Deren Religion war irgendwie Äh Was war das nochmal Äh Irgendwie Die Das war so eine Religion Die waren sehr wieder Irgendwie auf Adam und Eva Und die Natur Fokussiert Und Hexerei war erlaubt Perversion war erlaubt Gleichgeschlechtliche Ehe war erlaubt Die sind irgendwie alle nackt rumgerannt Das war deren Religion Und ich Hab auf einmal ein Vasallen Hier alles katholisch Und dann kommt dieser Frevler Ich hab sofort Krieg gemacht Den auf dem Scheiterhaufen Verbrennen lassen Wirklich Hab dadurch Anspannung verloren Was gut ist Weil ich war Hatte die Eigenschaft Religiöser Eiferer Es passiert so viel Scheiße Glaubt mir Es ist so lustig Es macht so viel Spaß Das Renke spielen Die Diplomatie Krass hier Krasse Kriege zu führen Dann klingt sich auf einmal Irgendein Arschloch Aus der Mongolei ein Oder von den Kumaren Und ich Der kommt auf einmal Noch was Hier unten war irgendwie Irgendein Arabischer Stamm Der mir in Irland Den heiligen Krieg erklärt hat Einfach so Dann kommen die hier aus Afrika Angerudert Und machen hier D-Day an meinen irischen Küsten Ich dachte ich werd nicht mehr Es passiert durchgehend so viel Scheiße Wir werden so viel Spaß haben Wirklich Ich band hier jetzt an dieser Stelle den Part Ich weiß es war viel Input Ja aber es muss sein Es ist hier äh Groundworking Ich verabschiede mich damit Ich mal jetzt Feierabend Wir haben 20.16 Uhr An einem Donnerstag Abend Tschüssi Das war's Wirklich Dämpft Wirklich Lieblings